Hallo und herzlich willkommen zum In2Success Podcast. Heute wieder mit mir, Gerrit, und ich habe mir heute den Rainer dazugeholt. Hallo Rainer. Hallo Gerrit, schön, dass ich wieder hier sein darf. Rainer, ich habe dich aus einem guten Grund hier in den Podcast geholt. Heute soll es nämlich wieder um Teammanagement gehen, aber um zum Beispiel Einführung neuer Prozesse beziehungsweise Veränderungen im Team selber. Und du bist ja Change Manager und kannst da natürlich vielleicht Einblicke geben für Leute, die jetzt oder Projektleiter speziell die Veränderungen in ihrem Team bewirken müssen. Das ist natürlich heutzutage Thema Agilität. Verändert sich am laufenden Band eigentlich was im Team, was man dabei vielleicht beachten kann. Und das wäre jetzt eigentlich auch schon meine erste Frage an dich. Was müsste man denn eigentlich beachten fürs Team selber, bevor so ein neuer Prozess eingeführt wird im Team? Ich mache einen Schritt zurück. Wenn ein Projektteam neu zusammengestellt wird, um an einem neuen Projekt zu arbeiten, dann ist ja allein das schon eine große Veränderung. Weil die Menschen, ein paar kennen sich vielleicht, aber höchstwahrscheinlich hat man noch nicht in dieser Gruppenkonstellation zusammengearbeitet. Die müssen sich auch erstmal finden, ihre Rollen definieren, wer kümmert sich um was. Manches ist natürlich durch das Skillset, aufgrund dessen eine Person oder ein Team kommt, schon im gewissen Rahmen vorgegeben. Aber trotzdem, wer kümmert sich um was, wie organisiert man sich selbst und ähnliches, das muss sich erstmal einspielen. Da muss auch jeder seinen Platz finden. Ich will jetzt nicht so weit gehen, um das, ich sage jetzt mal, mit einem Wolfsrudel zu vergleichen, wo man dann auch seinen Platz in der Hierarchie finden muss. In einem agilen Team sind ja alle erstmal praktisch ohne Hierarchie zusammen. Es gibt einen Product Owner, es gibt einen Scrum Master in Scrum Teams. Aber natürlich gibt es sich auch aufgrund der Seniorität, der Kompetenzen, der Erfahrung, eine gewisse Abrufung, dass man zu anderen Leuten aufschaut, wenn offene Fragen diskutiert werden und sich von deren Meinung oder Ansichten dann auch, ja, von denen was lernen kann, beziehungsweise denen dann folgt, weil das klingt gut, so wie es diese Person haben vorgeschlagen. Ja, aber nehmen wir jetzt einfach mal an, dass das Team ist eingespielt. Das Team ist schon so zusammen seit, naja, man kann jetzt sagen, seit längerer Zeit. Also das heißt, sie wissen schon, was der jeweilige andere macht, aber jetzt haben wir zum Beispiel, dass eine neue Arbeitsweise eingeführt werden soll. Also es ist dann auch wieder eine Veränderung, eine große Veränderung, weil die Art und Weise, wie man bisher gearbeitet hat, die sich als Routine eingeprägt hat, wo man mit einem relativ geringen geistigen Aufwand, routinierte Handgriffe, da muss man gar nicht mehr so richtig nachdenken, wie was funktioniert. Jetzt kommt zum Beispiel in der Produktion eine neue Maschine, das wäre auch jetzt so ein Prozess, da sind die Handgriffe alle anders, bestimmte andere Knöpfe müssen gedrückt werden, das Display schaut anders aus. Das wäre jetzt etwas, ist alles genau gleich, Maschine macht genau das gleiche Produkt, aber die Bedienung ist anders. Und genauso ist es, wenn hier jetzt in einem Team irgendeine Form von neuem Prozess, weil zum Beispiel eine neue Standardsoftware eingeführt wird, die jetzt alle nutzen sollen dafür, dann ist es, auch wenn das jetzt eine vergleichsweise kleine Änderung und nicht gleich die digitale Transformation des gesamten Unternehmens ist, trotzdem wichtig, die grundlegenden Schritte im Change, also in einem Change-Prozess da auch wieder mit den Leuten durchzugehen, die auf diesem Weg zu begleiten. Und dann, ihnen zuerst mal, durch das Wort Kommunikation, klarzumachen, warum ist diese Veränderung notwendig? Und warum oder was können die Mitglieder im Team lernen, wie können sie sich vorbereiten darauf, dass sie mit möglichst geringen Performanceverlusten, man muss ja erstmal neue Handgriffe, neue Abläufe etc. lernen und sich einspielen, dann sich darauf einstellen kann und den Leuten auch erklärt, was haben sie davon, was wird für sie besser durch diesen Prozess. Wenn man dann sagen kann, okay, es ist jetzt eine kleine Umgewöhnung, aber danach bat ihr euch bei der Suche nach wichtigen Unterlagen, ihr habt alles, was zum Beispiel in einer Dokumentenakte ist jetzt in einem Punkt zusammen und ihr müsst nicht mehr suchen und dergleichen, ihr müsst nicht mehr Sachen hin und her schicken, sondern ihr könnt parallel daran arbeiten. Was immer diese Arbeitsprozesse sind, wenn man ihnen klar macht, schaut her, es wird für euch sehr schnell deutlich besser, dann sind die wenigsten Menschen dann immer noch dagegen. Ja, würdest du das auch anhand von Workshops mit begleiten und Beziehung oder und oder die Kollegen, sage ich mal, so unterstützen, dass sie auch selbst einen Weg mit erarbeiten, wie jetzt diese Veränderung vorgenommen werden kann, dass es also quasi nicht nur den Kollegen vorgeschrieben wird, hey, so und so arbeitet ihr, das wird der Weg sein, wie wir jetzt diesen Wandel machen, sondern die fragen dann vielleicht auch direkt an die Mitarbeiter, was würdet ihr denn ändern oder wie würdet ihr jetzt vorgehen, dass sie sich mit eingezogen gefühlen? Also ich habe ja dazu auf unserer Change-Insight-Seite vor kurzem erst einen Artikel, veröffentlichten Blogartikel, warum gehen Change-Projekte schief und ein Fehler, der recht häufig gemacht wird, dass dann der Change nicht so funktioniert, wie man es sich eigentlich erhofft hat, aber man hat doch alles kommuniziert und alles erklärt ist, dass die Menschen nicht in die Veränderung einbezogen werden. Es wird ihnen vorgesetzt und meine feste Überzeugung ist halt, Menschen sind nicht per se gegen Veränderung, aber sie wollen nicht verändert werden. Wenn irgendjemand jetzt sagt, so ist es jetzt und so geht es ab sofort, ist es immer schwierig. Also sehr viel besser ist es natürlich, die Menschen schon frühzeitig zum Mitgestalten einzuladen. Und zwar jetzt nicht erst, hier ist der neue Prozess oder hier ist die Software und der neue Prozess schaut jetzt so aus, sondern vielleicht bei der Auswahl der neuen Software schon mit einzubeziehen. Was wäre euch wichtig? Was sind eure Anwendungsszenarien etc.? Also schon sehr viel früher mit allen gemeinsam die anstehende Veränderung durchzudenken. Und dann kommen Ideen und Vorschläge, auf die auch ich als erfahrener Change-Manager vielleicht von selber gar nicht gekommen wäre, weil ich den vorhandenen Prozess in einem Unternehmen halt nicht so kenne, wenn ich externer Berater bin und sage, Mensch, super Idee, lass uns das so machen. Und dann haben die Leute die Veränderung mitgestaltet und dann ist es ihre Veränderung. Und dann habe ich mir viel weniger Gedanken, um das Thema Akzeptanz zu machen, weil sie haben sie ja ihre besten Ideen einbringen können. Sie wurden gehört, sie wurden ernst genommen und es kann natürlich auch sein, dass eine Idee kommt, dieses Beispiel von Henry Ford, was wollt ihr haben? Dann hätten die meisten gesagt, schnellere Pferde statt ein Auto. Wenn dann so ein Vorschlag kommt, ich hätte gerne ein schnelleres Pferd, dann muss man dann aber auch erklären, schau her, aus einem bestimmten Grund, wir bekommen jetzt etwas, was noch viel besser ist wie ein schnelleres Pferd. Ihr bekommt ein richtiges Auto. Dazu muss man zwar erst fahren lernen, aber dann ist es viel praktischer. Und dass man dann auch klar macht, ah, stimmt, und mit einem solchen Dialog verstehen die Menschen auch, ah ja, jetzt, das kommt auf mich zu, die Neugier wecken. Schaut her, hier gibt es viel Neues zu entdecken. Wir machen erst mal die Basic Features durch, aber es gibt noch sehr viel, was euch nach und nach noch weitere Aufgaben abnehmen will. Dann sind die Leute, dann freuen die sich und, um jetzt bei dem blöden Beispiel Autokauf zu bleiben, wenn ich mir ein neues Auto kaufe, kann ich auch sagen, oh, schon wieder ein neues Auto, wieder ein neuer Hebel, muss mich wieder umgewöhnen, ist alles doof. Nee, die meisten freuen sich auf ihr neues Auto oder auf ihr neues Handy oder auf irgendwas und spielen damit rum und versuchen, das dann zu entdecken. Und genau diese Lust aufs Lernen, diese Neugier, diese Lust an Experimentieren, wenn ich die mit reinbringen kann, dann ist auch die Lernphase, durch die alle gehen müssen, um sich an einen neuen Prozess, eine neue Software zu gewöhnen, kann deutlich verkürzt werden und man kommt sehr viel schneller in den Bereich, wo man dann einen echten Mehrnutzen davon hat. Okay, sehr gut. Also haben wir jetzt quasi von der Rolle eines Projektmanagers, der einen Prozess ändert, so wie ich das jetzt rausgehört habe, ist auf jeden Fall Offenheit sehr, sehr wichtig, das Beobachten und Adaptieren, sowie, dass die Mitarbeiter eigene Aufträge mitgestalten. Gibt es da noch einen Punkt, den du für wichtig hältst? Ja und, ja, genau, Punkt. So machen wir das, genau. Noch weitere Fragen? Die ganzen agilen Methoden basieren ja auf dem Prinzip Lernen und Anpassen. Dann schauen, wie hat es sich entwickelt und dann die Ergebnisse begutachten und dann sehr schnell wieder weiteres Feintuning, weitere Anpassungen vorzunehmen, um dann immer in die bestmögliche Richtung zu gehen und das trifft natürlich auch hierzu. Wenn man alles im Vorfeld, in der Vorbereitung, im Aufsetzen richtig gemacht hat und die Leute freuen sich auf den neuen Prozess, dann ist es trotzdem, wenn man den Schalter umlegt, der neue Prozess wird aktiv, das neue System geht live, was auch immer, wird erst mal einen kleinen Performance-Einbruch geben, weil, oh, es dauert länger, man hat die Shortcuts noch nicht so drauf, die Transaktion zu bearbeiten, dauert vielleicht statt einer Minute 1,30. Aber wenn man so getaktet ist, kommt man auf einmal unter Stress, also wenn die Arbeitsbelastung sehr hoch ist und sehr durchgängig ist, deshalb ist es wichtig, dass diese Phase möglichst kurz gehalten wird. Und hier ist eben dann auch wichtig, innerhalb des Teams den Erfahrungsaustausch. Das ist immer wieder beim Wissensmanagement, meinem anderen Herzensthema mit drin, voneinander lernen zu können. Und sagt, ach, ich komme nicht zurecht, ich bin immer noch viel zu langsam, bei mir dauert es zu lange, wie macht denn ihr das? Dann kann der andere Kollege sagen, ich habe da einen tollen Abkürzungen entdeckt, mach es doch so oder mach diese Einstellung, da musst du es nicht jedes Mal neu ausfüllen. Ah, super, danke, dass man sich gegenseitig auch hilft und gemeinsam diese Lernreise bewältigt. Und dieser Wissensaustausch im Team ist natürlich auch aus der Teamdynamik, aus dem Teaming-Gedanken, wir unterstützen uns gegenseitig, ganz wichtig und hilfreich und erleichtert dann natürlich auch die Akzeptanz. Und das hilft einem in allem, wenn der Prozess dann eingeführt ist und man hat gelernt, sich sehr viel besser auf diese Weise auszutauschen, von mir aus eine Community mit anderen Teams zu gründen, wenn eine solche Software, ein solcher Prozess mehr als nur eine kleine Gruppe in der Entwicklungsabteilung trifft, sondern das ganze Unternehmen jetzt neue Prozesse, neue Softwarelösungen nutzen soll, dann kann das auch eine größere Community sein oder dass man dann da Fragen- und Antwortensessionen im Intranet anbietet, Ask me anything, wo die Leute einfach voneinander lernen können. Das hat einen Mehrwert, der weit über das Quantifizierbare hinausgeht, wenn man dieses Miteinander und das Voneinanderlernen da verstärken kann und fördert natürlich dann auch das agile Lernen aus den Erfahrungen anpassen, um vielleicht den Prozess noch ein bisschen fein zu tun oder gewisse Konfigurationen schon gleich zu übernehmen, dass alle dann von so etwas dann einen Nutzen haben. Und deshalb auch genau wichtig, diese Offenheit und Transparenz, die du gerade angesprochen hast, dass sich die Leute auch trauen, dass sie es sagen dürfen, mit was sie nicht klarkommen und dass sie aber auch Sachen ansprechen, sich trauen anzusprechen, die nicht so ganz taugen. Das finde ich jetzt nicht so gut, diese Lösung gefällt mir nicht. Eigentlich gibt es da nicht eine bessere Lösung. Und das ist ganz, ganz wichtig, denke ich mal, auch für den Scrum Master oder Projektleiter, da die Rolle zu schaffen, dass die Mitarbeiter einem so vertrauen können, dass sie es auch ansprechen. Weil es gibt ja dann auch noch Menschen, die dann vielleicht sich einfach nicht sicher sind. Ja, ich kenne ihn jetzt noch nicht so gut oder da fehlt mir das Vertrauen, dass ich das vielleicht einfach nicht so ansprechen möchte oder man hat einfach die Angst. Und hier ist als Projektleiter, wir sind ja eigentlich im agilen Umfeld, Scrum Master ist ein gutes Beispiel, aber jeder, der agil arbeitet, mit Kollegen zusammenarbeitet, Daily ist schön und gut. Teams, die eine gewisse Reife haben, du hast gerade gesagt, in diesem Team, über das wir jetzt reden, die kennen sich untereinander, dann kann man auch annehmen oder den Vorschlag machen oder erwarten von ihnen, sowas im Daily anzusprechen. Ja. Weil dann kann es gleich, wenn das Thema andere betrifft, dann gleich gemeinsam diskutiert werden und dann überlegt werden, was sind die nächsten Schritte, um dieses Problem anzugehen in der Lösung. Ansonsten, wenn man sich noch nicht so gut kennt oder manche Leute sich vielleicht nicht trauen, gleich in der großen Runde sowas anzusprechen, dass man dann auch sagt, dass man in Einzelgesprächen, passt alles bei dir, kommst du mit allem klar, das letzte Mal warst du so still, bedrückt dich da noch irgendwas. Einfach so diese ganz normale zwischenmenschliche Interaktion und dass man dann unter vier Augen Punkte anspricht, da kommen dann oftmals auch noch Details, Sorgen oder irgendwas hoch, was vielleicht auch wirklich nicht ins Daily reinpasst, weil es nicht die ganze Gruppe was angeht. Und als Scrum Master dafür zu sorgen, da einen guten Draht zu den Resten von den Teammitgliedern zu haben, das wäre für mich eine der wichtigsten Aufgaben für die ersten Tage in einem neuen Team, wenn ich da reinkomme. Diese Vertrauensbasis aufzubauen, auch klar zu sagen, was ich von ihnen erwarte, wie brecht es im Daily an, aber dann auch immer wieder nachzufragen, wie passt es bei euch, damit solche Sachen vielleicht dann auch nicht runtergeschluckt werden, sondern den Weg nach an die Oberfläche finden, damit man sich drum kümmern kann. Das ist ja das, was du auch am Anfang schon mal erwähnt hattest mit der zwischenmenschlichen Kommunikation am Anfang. Du hast vorhin auch noch was sehr Schönes gesagt und zwar ist das, dass man am Anfang vor oder beziehungsweise vor so einem Change natürlich nicht alles planen sollte. Man sollte reagieren können. Und da jetzt aber die Frage ist, gibt es vielleicht noch Risiken, die du schon mal erlebt hast, an die man eigentlich so bei einem Change immer denken könnte oder die im Hinterkopf behalten sollte? Gibt es da vielleicht irgendwie so was Allgemeineres, wo du sagst, achtet darauf, das könnte passieren, muss natürlich nicht sein, aber ja. Ein großer Vorteil der agilen Methoden ist ja, dass man nicht ganz, ganz viel Aufwand reinsteckt, alles bis ins kleinste Detail zu planen und der Plan dann beim ersten Kontakt mit der Realität sofort sich in Luft auflöst und man dann die ganze Arbeit ganz umsonst investiert hat, weil einfach Voraussetzungen oder Annahmen sich als unrealistisch darstellen oder dass es ganz anders kommt, wie man geplant hat. Und diese Reaktionsfähigkeit, diese Flexibilität, diese Resilienz, auf das, was dann kommt, ein Risiko, was immer wieder vergessen wird, ist, okay, man stellt einen Kommunikationsplan auf, weil das ist notwendig, damit die Leute wissen, was zu tun ist. Das schaffen eigentlich die meisten, aber man glaubt, damit ist es genug. Das reicht aber noch nicht, so nach dem Motto, Sie haben es jetzt einmal gehört, jetzt wissen es ja alle und ab sofort machen Sie es so. Man kann eigentlich kaum überkommunizieren, das ist mal das eine. Man darf durchaus immer wieder das wiederholen, Reminder schicken, Angebote machen, nachzufragen, wie geht es euch, dem neuen Prozess, dem neuen Tool, etc. und das ist aus zwei Gründen ganz wichtig. Ich hatte vorher schon angesprochen, wann sind die Menschen bereit, eine Veränderung anzunehmen, wenn sie eine Notwendigkeit anerkennen oder die Angemessenheit der Veränderung sehen, beziehungsweise ihren persönlichen Nutzen, what's in it for me, erkannt haben, weil sie schneller, effektiver arbeiten können, etc. Wichtig ist aber auch das Gefühl, dass jeder Einzelne für sich das Gefühl hat, sich in der Lage sieht, die anstehenden Veränderungen auch erfolgreich bewältigen zu können, weil es Schulungsangebote gibt. Ich weiß, wie der neue Prozess ausschauen soll, ich habe es gelernt, ich habe Ihnen vielleicht sogar im Vorfeld mein Feedback gegeben, was mir wichtig ist und ich weiß, dass der neue Prozess das so berücksichtigen wird. Ich freue mich drauf und ich weiß auch, ich habe auch verstanden durch die Kommunikation, welche Vorteile dieser neue Prozess für das Gesamtunternehmen bringt. Es ist zwar nicht so entscheidend wie mein persönlicher Nutzen, aber wenn alle was davon haben, win-win, dann ist es immer gut und dann endet es häufig schon und das ist ein, das fehlt der letzte Schritt und dabei wäre es eigentlich ganz einfach, dass man den Menschen auch die notwendige Unterstützung gibt, dass diese Veränderung, diese Lernreise zum neuen Soll-Zustand nicht alleingelassen werden, sondern Unterstützung bekommen. und diese Unterstützung ist jetzt nicht nur ihr Entschuldungsangebot etc., dann ist vor allem auch das Gefühl, die Wahrnehmung, ich bekomme die Unterstützung, wenn ich sie brauche und das kann zum Beispiel der Scrum Master sein, der die Leute im Team, im Einzelgespräch fragt, hast du alles, was du brauchst, ist es okay so, gibt es irgendwas, wo ich dich unterstützen kann, dann kommt aus meiner eigenen Erfahrung oft so die Antwort, nee, passt eigentlich alles, aber wenn du gerade da bist, da habe ich hierzu noch eine Frage. Und das ist dann vielleicht eine Kleinigkeit, irgendwas und dann höre ich zu, kann dann irgendein Feedback geben und Input geben oder auf eine Lösung hinweisen und dann fühlt sich diese Person unterstützt. Auch wenn die geleistete Hilfe vielleicht nur ganz gering war, sie fühlt sich nicht alleingelassen. Und in diesem Bereich kommt auch diese immer wieder angesprochene Unterstützung durchs Top-Management rein, dieses aktive Sponsoring. Wenn die nicht nur sagen, hey, liebe Leute, es gibt einen neuen Prozess und ich erwarte von euch, dass ihr das alle macht, sondern wenn diese Person sagt, das ist uns wichtig, das dann auch selber als Vorbild, als Role Model vorlebt, schaut her, auch ich mache jetzt diesen neuen Prozess, weil das für uns alle hilft und das gibt einem dann das Gefühl, aha, das machen wir jetzt alle so, das ist der richtige Weg, hier zu arbeiten. Und mit mit der Gesamtunterstützung, den diversen Foren, die ich vor angesprochen habe, Community, sich mit den Leuten auch mal besprechen zu können, wie geht es dir mit dem neuen Prozess, ah, ich komme super damit, klar, ich habe da eine tolle Hilfe-Seite gefunden, ach, zeig doch mal her. Das sind so, dann hat man immer das Gefühl, man ist nicht alleingelassen. Wenn man da vor dem Rechner hat und sagt, oh Gott, was muss ich tun, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wenn ich fragen kann, dann kann sehr schnell die durch die anfängliche Kommunikation aufgebaute positive Erwartungen dann auch sehr schnell kippen und dann, ich habe gleich gewusst, es taugt nichts und dann kommen so die ersten stammtischmäßigen Gerüchte auf und die können dann tatsächlich den eigentlich sehr positiv gestarteten Wandel dann wieder untergraben und man wundert sich auf einmal, hey, was ist denn jetzt los, wieso sind die alle so dagegen, das hat sich doch beim ersten Meeting, wo das vorgestellt wurde, so positiv angehört, es ist nicht so, dass man Schalter umlegt und dann können es alle. Nein, das ist natürlich nicht, das ist ein weiter Weg. Und vor allen Dingen, selbst wenn man dann den Sollzustand erreicht hat, es ist ja nicht so, wir leben in einer agilen Welt, in einer disruptiven Welt, die sich ständig ändert, vielleicht hat sich die Welt schon so weiter gedreht, dass der ursprünglich geplante Sollzustand weiterentwickelt werden muss, dann werden die Veränderungsschritte vielleicht kleiner, aber man bleibt in so einem permanenten Beta-Stadium, man ist nie fertig, kann überlegen, okay, der Prozess läuft jetzt so, können wir noch was dran verbessern, können wir irgendwas anders machen, jetzt wo wir alle wissen, wie der neue Prozess funktioniert und da ist ja wirklich auch wieder jeder in der eigenen Verantwortung zu sagen, ich habe da eine tolle Idee, lasst uns das mal diskutieren, ob wir gemeinsam den Prozess so und so weiterentwickeln können und wenn man diesen Stand erreicht hat, diese Selbstorganisation und die Eigenverantwortung, dann hat man ein paar ganz wichtige Elemente, dass Agilität funktionieren kann, im Unternehmen erreicht. Okay, sehr schön. Ja, Rainer, danke dir für die ganzen Einblicke, wir sind heute hier am Ende des Podcasts auch schon angelangt und ich hoffe, wir konnten, wer zuhört, da auch ein bisschen weiterhelfen, vielleicht habt ihr ja vor, beim Team einen Prozess zu verändern und habt jetzt ein paar neue Eindrücke bekommen, worauf ihr vielleicht noch mit achten müsst, deshalb erstmal danke, Rainer, dass du mir heute auch sehr viel Neues beigebracht hast, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir hören uns das nächste Mal. Alles klar, vielen Dank und wer noch Fragen dazu hat, kann sich auch gerne dann auch an mich direkt wenden und dann können wir euch dabei unterstützen, eure Teams fit für die Zukunft zu machen.